Ich habe ein großes Problem mit meinem Block. Warum? Was hat passiert? An diesem Tag hatte ich einen Urlaub. Viele lernen und arbeiten am Wochenende. Und das, wenn ich spazieren gehe, bin ich gefallen. Scheiße! Mann, im Leben gibt es kein Glück oder Unglück. Diese Wörter haben keine Bedeutung. Glück existiert nicht. Mann? Ja. Mann, Glück ist am verstecksten im Leben. Man kann nicht im Vergleich sein ohne Glück. Aber viele Leute arbeiten hart und sie bekommen nur weniges Geld. Das ist Unglück. Ja, das stimmt. Aber ich denke, dass mit viel Arbeit ein gutes Glück ist. Ja, vielleicht so. Aber sag mir, glaubst du auch, dass es Sachen, die uns Glück bringen? Nein, nein, das finde ich nicht logisch auch. Ja, es ist lustig. Aber viele Leute glauben das. Ich denke, das ist nur ein Schatz. Und diese Leute sind... Was halt? Ja. Du sprachst mit deinem Sinn. Was? Ja, Mann. Kann ich fragen für fünf Minuten? Nein, nein. Bist du verrückt? Du sprachst mit deinem Sinn. Was? Nein. EIMH Bye. Bye. Ciao.